Ich habe gedacht, ich wäre alleine hier. Tut mir leid. Ich bin Annette Hargrove. Katharine Mettoy. Kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste. Ich nehme an, du bist die Tochter von unserem neuen Direktor. Genau. Tut mir leid, das mit deinem Bruder. Kann ich dir helfen? Ich komme schon klar. Kanntest du Sebastian? Kann man wohl sagen. Eine schreckliche Tragödie, nicht? Nicht. Allerdings. Ich gehe dann mal wieder. Kann ich dir wirklich nicht helfen? Wenn du eine Freundin brauchst, ich bin da. Gut zu wissen. Ich weiß, es klingt kitschig, aber wenn ich manchmal nicht weiter weiß, dann bete ich zu Gott und der hilft mir dann. Danke. Gern geschehen. Wir sehen uns ja jetzt öfter. Ich kann es kaum erwarten. Blöde Kuh. Dann mal los. so... ... ... ... ...